Meine Gruppen, die ich betreut habe in der Uni als SAK, die haben heute Abschlusspräsentationen gehabt. Die eine Gruppe hat erstmal schön gedacht, dass es erst morgen ist. Und dann mussten die innerhalb von zwei Stunden auch schnell in die Uni kommen. Haben sie aus dem Glück noch rechtzeitig geschafft. Für was jetzt genau? Für ein Praktikum, was ich betreue an der Uni als SAK. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber... Für die Nische Hilfskraft. Und was für ein Praktikum? Software-Praktikum. Das heißt, die entwickeln eine Software von Grund auf. Wir haben auch ein Software-Praktikum. Aber anders anscheinend. Von Anfang an, du kriegst eine Aufgabe und dann müssen die halt Analysephase, Entwurfsphase und so weiter alles. Oh, wer tanzt denn da? Bei mir einer. Ist aber zu seinem Glück rausgesprungen und weggelaufen. Hat nur einen Schuss abbekommen. Ich hatte halt die Kiste vor allem und da war eine Boogie-Bomb drin. Und da ich die eh nicht mag, habe ich die einfach auf ihn geworfen. Ich hätte natürlich auf seinen Kopf zählen können, aber habe ich jetzt nicht getan. Oh, ist er hingerannt? Äh, E oder NE. Von mir aus gesehen. Ich habe nur ein Minischil... Ah, da schon. Ähm, Taco. Ja. Einer ist tot. Welchen, den rechten? Der rechte ist tot, der andere ist immer noch beim Taco. Ich weiß nicht, ob der auf dem Baum des Tacos ist. Oh, ne, okay. Das war der Skelett-Typ. Hat sich nur kurz Schilddränge reingepfeifen. Es gab keinen Skelett-Typ. Ich glaube, beide waren... Das waren Skelett-Typ der anderen. Waren nicht beide... Dings? Dritter? Ne, ne. Der eine war Skelett. Okay. Machst du das? Nein. Double-Pump-Rules. Ist bei dir noch einer? Letztlich ausgelockt. Okay. Hier ist doch einer, weil... Doch, da ist einer von Daco kommt einer. Er hat ja gar keine Ahnung von dem Game. Ich nehme nochmal Boogie-Bombs. Habe ich auch keinen Bock. Die bringen einfach so wenig, größtenteils. Wobei, und du ist eigentlich das Einzige, wo es wirklich... Also, wenn du einen Fight gegen zwei hast, tust du halt den einen boogien. Ja, ja, ich weiß. Und den anderen fighten. Aber da schmeiße ich halt lieber eine Granate, weil die beiden sind meistens eh in einer Base. Und dann treffe ich halt damit beide. Ich komme mal zu dir. Wohin? Äh, wo, genau? Irgendwo hier an dem Shop. Stromkasten ist, glaube ich, noch einer. Ja, Stromkasten. Ist gerade rausgekommen, kommt zu dir. Ist irgendwo hinter dem Baum. Äh, ich sehe den auch noch heute. Ich habe ihn gehittet, aber na. Ja, er war fast tot, würde ich gerade sagen. Hey, was ist denn hier los? Ja, komm runter. Ich aim irgendwie. Die ersten paar Hits treffen perfekt. Und danach. Schlaf ich rein. Das macht doch keinen Spaß. Ich hatte gestern mit René eine Runde, wo ich zwei Teams hintereinander... Äh, warte mal, ich gebe dir das hier noch. Ähm. Ich habe bei zwei Teams hintereinander jemanden... Äh, halt so getroffen, dass er sein ganzes Schild losgeworden ist. Grün empfehle ich dir. Auf jeden Fall, äh, ich habe also zwei Leute mit 100 Schild. Und ich treffe halt erstmal einen richtig gut hintereinander halt mit der M4. So, dass wirklich sein ganzes Schild und nochmal zwei Hits hintereinander... Äh, halt weggehen. Und, äh, dann läuft er halt hinter eine Mauer. Und dann kommt er wieder hervor. Und dann schließe ich nochmal auf ihn und treffe ihn kein einziges Mal, bis René ihn killt. Oh, wieder ich. Leck mich doch. Nein. Zwei Typen. Ich seh's. Einer hat Hits. Einer ist down, einer ist unter mir. Ja, der hat einen Headshot gefressen, der eine. Den du gedownt hast. Hier bei mir unter dem Baum ist einer. Ist tot. Das war gerade der Blumenkart schon wieder. Nächste. Ich war direkt auf ihn drauf. Nö, kein einziges Headshot. Fuck my life. Müsst du die, willst du das mitnehmen? Ich nehme die bei, äh, das Medkit mit. Ja. Silence Pistole wäre halt auch nicht schlecht. Ja. Genau. Oh, Border. Fuck. Reap. Oh nein. 3 HP Schaden. Wetten der Verrexterer nachher dran. Ja, wetten. Ich hasse es, dass man die bauen kann in den scheiß Bäumen. Eben hab ich getroffen, würd ich sagen. Was? Da sind noch Schüsse hinter uns. Fabrik. Ja, die sind nicht auf uns, ne? Naja. Ich muss mich heilen. Die sind Medkit. Ja, ich hab schon. Ja, da ist ein Sniper bei dem gewesen. Ja, ich hab schon geschnackt. Da liegt noch ein Minischild, einer unten. Hast du den normalen Schild genommen? Ja. Ja. Ja gut, ab zu den anderen Schüssen. Der ist unter uns. Unter mir hier drinne. Ja, denke ich auch. Schön, dass er laufen kann. Er geht jetzt, ähm, ist jetzt vorne. Der Ecke. Ne, ist wieder runter. Ah, fuck. Oh, Junge. Ich würd hier Granaten reinwerfen. Ach, da ist er. Wollen wir es mehr, oder? Ja. Über dir. Not bad. GG. Aber wir müssen jetzt weg, ja, ne? Hm. Äh, Ruine? Jo. Was gesagt. Was machen die da? Sind die? Nach drüben. LOL. Hat ein Headshot? Aber nur Schild. Beide sind runtergesprungen. Sind die hin? Ich glaub beim Baum. Nee, die sitzen auf dem Ding. Ah, lol. Oh, fuck. Noch jemand. Von W. Ach, das ist auch sein Kumpel. Ja, sein Kumpel sind W. Oder ist es noch ein Team? Down. Und auch ein anderes Team noch dahinter. Ja, bei der Brücke. Und ich hab kaum HP einfach. Drop in unserer Nähe. Da könnte man eigentlich hin. Da werden wahrscheinlich die Leute mit dem... Raketenwerfer auch sein. Gegenübers. Bist du was Holz gebaut ist? Oder nee, das ist das kleine. Das ist was anderes. Ah, hier in dieser Base. Direkt vor uns. LOL. Ach, da ist ne Base. Die hab ich gar nicht gesehen. Hat zwei Headshots bekommen. Hat kaum HP. Ich hab drei Boogie Bomben. LOL. Ja, der ist hinten raus. Ist jetzt hinter dem Stein. Oh, genockt. Nice. Das war wirklich schade. Das war der, der angehitet war. Ach, hinten dran. Der sitzt hinten an der Mauer. Ah, jetzt vor uns. Ist da runtergesprungen. Ist da runtergeflogen, wie auch immer. Hier, nimm ne Boogie Bomben. Schön. Haha. Er hat schön gefressen. Oh, da kam noch ein Sniper-Schuss. Keine Ahnung von wo. Davor. Alter. Kommt aber nicht bis hierher, oder? Nee. Nicht mal annähernd. Aber es leben halt auf jeden Fall noch ein paar Leute. Schon alleine der einzelne Sniper irgendwo. Nicht die, die hier auf dem Berg oben waren? Ach, keine Ahnung. Wo hast du es eigentlich eingebaut? Auch dort. Was macht der denn? Mit Spaß, genau. Ja, wir müssen zu denen, oder? Das fehlt mir nicht. Weil wir sind halt nicht die einzigen, die da hin müssen. Oh, wir können einfach ein Jumper nehmen, zur Not. Oder das Ding kaputt schießen. Lol. Ist denn welche raus? Sind die runtergefallen? Ja, du hast die rausgedroppt. Lulz. Wie viele Raketen hast du? Ja, als ob die Raketen dann nicht ankommen. Ich hab nämlich noch 27. Oh. Ja, gut. Dann hab ich jetzt 50. Na dann. Irgendwas einer. Mhm. Wie sagst du das irgendwo neben uns? Oh, er wird angeschossen. Da, wo er hingelaufen ist, da sind Gegner. Ja, lass mal hin. Wenn die jetzt grad fighten. Lass mal so bis zur Hälfte des Berges bauen und dann mit nem Jump Pad oben auf die Base von denen. Stopp, reicht, glaub ich. Ja, da sind sie. Just unter uns. Eine genannt. Die andere tot. Cool. Zwei Leute noch. Über uns checken? Hm. Ne, doch nicht. Das Gefühl, das ist unter uns. Was ist denn? Ja, dann bin ich der Bait. Wenn unter uns was ist. Oh, goldene Skar nehm ich mal. Gönn dir. Da kommen sie. Oh, ja, ich seh's. Einer. Beide Hits. Einer ist tot. Dann rauch. Geilo. 13 Kills. Acht. Insgesamt nicht schlecht.